Oh, ja. Nein, 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 ja, verdammt. Okay, ich hab Glück gehabt. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Heute machen wir mal die Formel 2 Poll Lab Challenge, denn sowas hab ich noch nie gemacht. Und ich möchte mal wissen, ob ich die Zeit von Oscar Piastri, der eine, Moment, eine 1,40,878 gefahren ist, ob ich sie knacken kann oder ob ich zumindest etwas näher herankommen kann. Also würde ich sagen, schnappen wir uns den Präma und dann würde ich sagen, Attacke. So, ein erneuter Versuch. Schreibt mir mal in die Kommentare, habt ihr Probleme mit den Formel 2 Poll Läden, sie hier zu fahren? Also, sie sind doch in meinen Augen nicht ganz einfach zu fahren. So, hier kann man noch, oh, hier glatt zwei Zettel. Jawohl. Ja, der Kurs macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Gar keine Frage. Selbst Walter Rebooters hat am Freitag gesagt, ne, also Schimpfwort, this track is cool. Und damit hat er auch recht. Oh, ja. Nein, 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 verdammt. Okay, ich habe Glück gehabt. Ich habe jetzt gedacht, dass die Zeit aberkannt wird, weil ich die Track Limits nämlich missachtet habe. So, wieder dreieinhalb Zehntel gefunden. Schauen wir mal. Also, ich kann mich hier wirklich Runde für Runde verbessern. Das ist ja auch ziemlich cool. Aber an die Realzeit von Oscar Piastri... Äh, ich weiß nicht. Okay, den Körb sollte man unbedingt vermeiden, weil das Auto dann ein bisschen unruhig auf der Hinterachse wird. So, Ausgang. Sehr schön, leicht gegen die Mauer. Flügel flach. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Eine 42,6. Das ist doch schon mal nice. Ein erneuter Versuch. Flügel flach. Den längsten Weg nehmen, um ordentlich Geschwindigkeit aufzubauen. Und bremsen. Ah, die Kurve macht mich wahnsinnig, ey. Okay, uff. Oh, gittiger Gott im Himmel. Und diese Kurve hier ist auch echt schräg. Oh, Gott, oh Gott, oh Gott. Mama Mia, hier ist ja was los. Ja. Okay. Wollte schon den Flügel flachstellen. Aber ich habe ganz vergessen, dass hier keine DS-Zone ist. Okay, machen wir weiter. So. Ja. Verbesserung ist auf jeden Fall drin. Aber um ehrlich zu sein, die ist nur wirklich minimal. Ja, ihr seht schon, ein paar Tausend sind vielleicht drin. 42,689. Das Gute ist, ich befinde mich nur noch 1,8 Sekunden hinter dem Australier. Hey, toll. So, liebe Leute, ich würde sagen, einen Versuch gönnen wir uns jetzt noch. Wir nehmen uns jetzt mal extra Schwung mit. Und dann heißt es Attacke. Mir ist durchaus bewusst, dass die Zeit des Australiers auf gar keinen Fall knacken kann. Aber die Frage lautet, wie nah komme ich an seine Zeit heran? Gleich wissen wir mehr. Oh, leichtes Übersteuern. Jawohl. Oh, 3 Zehntel im Delta. Ja, das kann doch nicht sein. Äh, leichter Verbremser. Short-Shiften. Und Attacke. 4 Zehntel im Delta. Geht da was? Ja, das war ein bisschen zu vorsichtig. Komm schon mal. Komm, komm, komm. 5 Zehntel. Da geht was, da geht was. Wie nah komme ich heran? Jetzt wieder zum Lieblingsabschnitt. Anbremsen, zwei Gänge runter, nah an der Mauer entlang und Attacke. Flügel flach. Den kürzesten Weg nehmen. 100 Meter Schild bremsen. Runter in den dritten. Kürzesten Weg nehmen, ja. Bisschen Zeit eingebüßt, ist mir klar. Und am Ende komme ich raus bei einer. 41,7. Ja, 41,7. Neuer Ranglisten. Position 270. Ganz nice. Aber da wäre auf jeden Fall noch was möglich gewesen. Also, fassen wir zusammen. Nein, ich kann die Zeit von Oscar Péastri nicht knacken. Aber ich bin innerhalb von einer Sekunde bei ihm. Das ist ja schon mal was. Gefallen euch solche Pole-Challenges, wenn ich das Ganze mal mit der Formel 2 teste? Weil die Formel 2 habe ich so gut wie je noch gar nicht auf meinem Kanal gehabt. Und ich wollte mal fragen, soll ich das häufiger machen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Und vergesst nicht auf Abonnieren zu drücken, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss und ciao. Tschüss und ciao.